Ich bin Dr. Helmut Dipplinger, bin Arztsführer in meiner Medizin, habe ein Diplom für Akupunktur und Arbeitsmedizin. Ich habe seit 25 Jahren eine komplementärmedizinische privatärztliche Praxis in Wien. Ich empfehle dem BEMA praktisch allen meinen Patienten. Ich verwende ihn in der Praxis, wenn möglich, vor jeder Therapie. Am meisten werden die Leute vom BEMA profitieren, die damit anfangen, wo sie noch völlig gesund sind. Vielen Dank.